Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Donnerstag durften wir noch Christi Himmelfahrt feiern. Damit endet die Zeit, in der Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern ganz konkret erscheint. Und so passt es, dass im heutigen Evangelium nochmal ein Text aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu gelesen wird. Time to say goodbye, könnte man sagen. Jesus betet für seine Freunde und bittet den göttlichen Vater, bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins sind wie wir. Wenn man sich verabschiedet, dann gibt man einander gute Wünsche und den Segen mit auf den Weg. Und manchmal auch nochmal einen guten Rat, nach den vielen Gesprächen nochmal ein Wort oder einen Satz, der all das miteinander ausgetauscht auf den Punkt bringt und zusammenfasst. Das ist auch heute bei Jesus so. In einem Halbsatz bringt er die Mission seines Lebens auf den Punkt. Sein Vermächtnis an die Jünger lautet, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Seine Freude, die Ausdruck der Lebensfreude ist, die eigentlich ja Grund seines Wirkens in dieser Welt ist. Nicht frommer Gottesdienst, nicht karitatives, handeln. Nicht philosophische Predigt, sondern Freude in Fülle. Vielleicht müssen wir uns besonders dies heute bewusst machen. In einer Zeit, in der viele Kennzahlen von Kirche nach unten zeigen, wo Schlagwörter wie Priestermangel, Gläubigenmangel, Geldmangel uns eher nach unten ziehen. Ja, wo wir manchmal auch verzweifelt versuchen, das Mögliche noch aufrecht zu erhalten. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben, sagte Jesus schon etwas früher im Johannesevangelium. Lassen wir uns von seiner Freude anstecken. Leben wir das Leben und genießen es. Lassen wir uns und unser Leben nicht von Angst, von Niedergeschlagenheit und Frust bestimmen, sondern lassen wir seine Freude in unser Herz. Diese frohe Botschaft sendet uns Jesus heute in unsere Welt, in dieses schöne lange Wochenende im Mai 2024. Freut euch und genießt das Leben, Gottes Schöpfung, das Miteinander mit Familie, mit Freunden und mit Gottes Segen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020